Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu unserem abschließenden, vorerst abschließenden Express Tutorial Video. Hier ein paar letzte Worte und ein sehr, sehr, sehr mächtiges Tool, um euch da ein bisschen besser durchguiden zu können. Zunächst einmal vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Das ist immer wieder sehr, sehr beeindruckend, wie viele Leute sich einfach für solche Themen interessieren, die ja doch schon wirklich sehr professionell sind, muss man einfach soweit sagen und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Wenn euch noch etwas fehlt oder wenn ihr vielleicht selbst Express sehr gut könnt, dann bitte meldet euch bei mir und sagt mir, was euch noch für die Tutorial-Reihe fehlt, dann reiche ich das sehr, sehr gerne nach. Manche Sachen brauchen einfach noch andere Tutorial-Reihen, also sowas wie zum Beispiel eine MongoDB-Anbindung. Da brauche ich einfach natürlich vorher die MongoDB-Tutorial-Reihe. So, die habe ich noch nicht, deswegen muss ich die natürlich vorher machen. Aber solche Sachen in Kombination mit, da wird es immer mehr in nächster Zeit geben. Das habt ihr auch schon bei React und so weiter gesehen. Jetzt geht es natürlich heute darum, wie kann ich mir den Workflow ein kleines bisschen erleichtern. Und dazu möchte ich euch folgendes Tool mit in die Hand geben oder mit an die Hand geben. Und zwar mit npm könnt ihr das Ganze installieren. Nennt sich npm install express-generator. Und das ist ein Tool, das wir global, also mit der, das kann man sehr schlecht lesen, aber das ist eine Minus-G-Option hier hinten dran. Und unter Linux, beziehungsweise, ja, unter Plattformen, wo ihr halt Admin-Rechte für sowas braucht, da braucht ihr ein Sudo vorne dran. Unter Windows brauchen wir das aktuell nicht. Ist bei mir natürlich schon installiert. Ich werde jetzt hier trotzdem mal kurz drauf gehen und, ähm, wieso hat das Ding Security Issues? Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Audit fix force. So, also grundsätzlich habe ich das eigentlich auch gerade eben erst gemacht. Aber ja, ähm, das ist nicht unbedingt nice. Da aber natürlich bei mir alles sowieso nur lokal läuft aktuell und nicht in Development ist das jetzt für mich nicht allzu tragisch. Aber seid auf jeden Fall hinterher, wenn ihr das Ganze wirklich in Production am Laufen habt. Ähm, und ja, was wir jetzt machen können, ist folgendes. Ich wechsle jetzt tatsächlich mal auf den Explorer. Wie gesagt, völlig egal, ob Windows, Mac oder Linux, das funktioniert in jedem System. Ihr könnt jetzt hier tatsächlich einfach die, ähm, die Command-Line öffnen, also zum Beispiel eine, äh, eine PowerShell öffnen. Und könnt dann hier drin etwas machen. Und zwar könnt ihr hier drin Express starten. Wir können hier einfach mal, ähm, und wir können jetzt hier drin einfach uns einen Namen noch überlegen. Ähm, Express. In, in, in schnell oder sowas. Ähm, und das E vorne würde ich eigentlich ganz gerne klein schreiben. So. Unter Windows habt ihr dann diese Fehlermeldung hier, ähm, die euch sagt, ey, yo, das ist unsicher. Das ist ein Skript, das hast du aus dem Internet runtergeladen und hast es definitiv nicht signiert. Unter Linux und Mac funktioniert das Ding schon so oder so, also ohne Probleme. Unter Windows braucht ihr eben noch, wie üblich, das hatten wir ja schon mehrfach hier, die Set-Execution-Policy-Scope-Process-Execution-Policy-Bypass. Damit ihr das laufen lassen könnt. Und, ja, da bin ich mir durchaus sicher, dass ich das gerne so hätte. Und dementsprechend will ich mein Express Express in schnell einmal kurz durchlaufen lassen. Und was dann passiert ist, es wird ein neuer Ordner erstellt. Und hier wird direkt euch alles installiert, was ihr braucht. Und wir öffnen jetzt mal ganz kurz diesen Ordner in unserer IDE. Ähm, und ich mach das jetzt in diesem Window sogar. Und hier drin haben wir dann ein vollständiges Express-Projekt schon, ja. Wir haben hier eine Package-JSON und wir haben alle Dependencies. Wir können, wir haben sie natürlich noch nicht installiert, ja. Das, das macht, äh, Express, äh, der Generator nicht für euch. Ihr müsst sie trotzdem einmal noch kurz installieren. Einfach NPM-Install machen, beziehungsweise hier draufklicken. Und dann passiert das schon im Hintergrund. Steht aber sogar in der PowerShell noch dabei. Okay, hier, ähm, Change Directory, Install Dependencies, Run the App. So, das ist alles, ja. Es ist alles schon für euch ready. Und ihr könnt hier auch tatsächlich direkt auf Start gehen. Wir gucken gleich noch genauer rein. Und, ähm, wird auf Localhost-Port, ich glaube, 3000 ausgeführt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Muss ich kurz nachgucken. Genau, hier, Port 3000. Also, das ist quasi schon dabei. Also, das heißt einfach dann Localhost-Port 3000 öffnen und schon sind wir fertig. So, jetzt, was ist das genau? Also, zunächst einmal, Express Generator ist eine, eine, ein Tool sozusagen, das euch eine Standard-Express-App baut, die alle Features mal kurz darlegen soll. Alles, was man so regelmäßig braucht, damit ihr euch nicht so, ähm, ja, verlauft sozusagen. Ähm, Express Generator ist tatsächlich von dem Team hinter Express. Das heißt, die haben sich schon was dabei gedacht. Die haben hier auch tatsächlich schon alle Dependencies, mit denen wir auch schon gearbeitet haben. Oder mit den meisten. Cookie Parser, Debug, Express, HTTP Errors, Jade. Die benutzen Jade und nicht, ähm, EJS. Wobei man das natürlich einfach umändern kann. Aber, da muss ich die Version dann noch anpassen. Ähm, und morgen. Und diese Module sind natürlich jetzt auch alle fertig. Und was jetzt passiert ist, ist folgendes. Wir haben hier eine App.js. Das ist ja quasi unsere, unsere Main-App, ja. Ähm, die macht erstmal Create Error für euch. Ähm, die sagt, okay, mach mal Express, mach mal Path, mach mal Cookie Parser, Logger. Und ein Index-Router. Das ist tatsächlich eine Route, so wie wir das auch gemacht haben. Und ein Users-Router habt ihr direkt auch schon mit dabei. Dann baut euch das Ganze die App. Das haben wir alles schon gemacht. Das sollte euch alles bekannt vorkommen. Hier allerdings sehr, sehr viel mit wahrgearbeitet. Da würden mich wieder einige von euch roasten. Dafür mache ich ihn mittlerweile nicht mehr, weil ihr euch so drüber aufregt. Aber ihr seht, selbst Vollprofis machen das auch so. Ähm, egal. Ähm, ja, nur kurzer Side-Gag am Rande. Ähm, dann haben wir hier einen, ähm, View-Engine-Setup für Server-Side-Rendering. Auch das haben wir gemacht. Mit App.zViews kann man ja das Directory angeben, wo man gerne die, ähm, Views drin haben möchte. Die haben jetzt hier allerdings einen witzigen Ansatz verfolgt und haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich, dass die Views, ähm, im Ordner Views drin liegen. Ähm, das ist der Standard-Ordner. Das heißt, wenn ihr diese Zeile löscht, hat das überhaupt keine Auswirkung. Der Ordner bleibt immer noch derselbe. Wie gesagt, das ist der Standard-Ordner. Aber so kann man es halt direkt noch lesen. Die haben, wie gesagt, hier auch die, ähm, View-Engine auf Jade gesetzt. Aber, ähm, wir hatten bisher EJS gesetzt. Und deswegen müssten wir, wenn wir es so weitermachen wollen, wie bisher, das Ganze auch über EJS noch weitermachen. Aber das ist, wie gesagt, euch überlassen. Ihr könnt auch Jade benutzen, wenn euch das lieber ist. Gucken wir gleich noch kurz rein. Dann haben wir den Logger gesetzt mit dem Format Dev. Das heißt, wir wollen die Development-Sachen auch mitloggen. Ähm, wir haben Express.json drin. Das hat ja, hat ja auch bei uns auch genau so. Eins-zu-eins funktioniert. Express URL-Encoded auch genau so übernommen. Der Cookie-Parser, Static mit Public Directory. Also auch genau dieselbe Namenskonvention sogar. In der habe ich mich ja auch orientiert, die die offiziell vorgeschlagen haben. Und dann haben wir die beiden Router integriert. Und haben hier eine, ähm, 404-Seite drin. Ähm, und das ist tatsächlich ein Create-Error gewesen. Den haben wir uns noch nicht angeguckt. Damit baut ihr euch quasi von Haus aus einfach einen 404-Error. So, ähm, danach sagen wir hier, okay, App.use. Und das ist einfach so der, der Standard-Befehl hierbei. Und zwar mach mal bitte hier eine Error-Message, falls irgendwas passiert. Ähm, und so weiter und so fort. Also das ist quasi ein Error-Händler. Und dann wird komischerweise das Modul exportiert und nicht laufen gelassen. Was ist hier passiert? Nun, was hier passiert, das finden wir relativ schnell raus, wenn wir hier uns die Start-Befehle hier angucken. Und zwar, wir sollen Node, beziehungsweise Node-1 starten mit .slash bin www.mh, interessant. In bin www finden wir eine weitere JavaScript-Datei. Das ist quasi unser Server. Und hier sind alle Sachen soweit für die Konfiguration zum wirklich Laufen-Lassen. Wir sehen hier auch, das ist eine Node-Anwendung. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Also jeder Server weiß dann quasi, was damit gemeint ist. Namespace ist gesetzt worden. Ähm, die App wurde importiert. HTTP wurde importiert. Wir haben einen Port gesetzt, der standardmäßig auf 3000 ist. Ihr könnt den hier aber selbstverständlich auch noch ändern. Und dann wurde er hier eben gesetzt. Dann, ähm, also hier das Normalize-Port ist im Endeffekt nur, dass es halt auch wirklich Sanity-Check ist. Sozusagen, hey, das ist wirklich ein gültiger Port und nicht irgendwas total Ungültiges. Dann funktioniert das Ganze auch. Dann hat man hier den HTTP-Server gebaut, basierend auf der App. Das haben wir bisher nicht so gemacht. Wir haben ihn mal listenen lassen. Ähm, kann man aber auch so rummachen. Funktioniert in beiden Fällen genau gleich. Und das hier unten ist im Endeffekt die Fehlerfunktion. Listening-Funktion und die, also es ist im Endeffekt Boilerplate-Code. Ein bisschen mehr als das, was wir gemacht haben. Aber kann genau genommen nicht mehr. Ist nur ein bisschen robuster. So, ähm, und ja, dann haben wir hier tatsächlich schon die Views, die Routen und das Public Directory. Hier kommen die Images rein. Hier kommt das JavaScript rein. Hier kommen die Style Sheets rein. Ist sogar schon eins beispielhaft drin. Hier in Index JavaScript haben wir eine Route, die uns einfach mal den Standard hier in Server-Site-Rendering tatsächlich mit reinpackt. Das ist das, was wir hier sehen. Und in Users haben wir einmal eine Funktion, die einfach nur ein ganz stinknormales Send reinpackt. Das heißt, wenn ich hier auf Slash Users gehe, dann kommt hier einfach Respond with Resource. Und das ist halt ein ganz normales Ding, was wir natürlich anpassen müssen. Also quasi schon für euch fertig. Da müsst ihr euch nicht mal mehr drum kümmern. So, und jetzt zu Jade. Jade sind ja hier unsere Templates sozusagen. Wir haben eine Error Message. Da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und wir haben hier eine Index-Datei, die auch etwas anders aussieht. Wir sehen hier, das ist ein P und das ist ein H1. Also ich persönlich bin kein großer Fan von. Es tut mir sehr leid. Und das ist im Endeffekt euer grobes Layout. Also man sieht schon, wo das Ganze hingeht. Das ist HTML und dann geht es ins Head. Und dann geht es ins Title. Und der Title ist das da. Und dann haben wir Link. Und dann ist das ein Style Sheet und so weiter. Ich finde persönlich normales HTML und JavaScript, also mit EJS, das sind wir einfach schon gewohnt. Deswegen finde ich das persönlich angenehmer als Jade. Aber ihr könnt selbstverständlich auch mit Jade arbeiten, wenn ihr das wollt. Ihr könnt aber natürlich auch einfach umstellen und das so machen, wie wir das gemacht haben. Indem ihr hier oben dann einfach EJS einstellt und hier unten dann eben Terminal auf npm install EJS. Und schon sind wir fertig. Five Vulnerabilities, das ist nicht gut. Uiuiui. Also offensichtlich nicht unbedingt aktuell. Das Ganze sollte man auf jeden Fall mal Audit fixen. Ähm, und ja, das macht es nicht unbedingt besser, wenn man nach dem Fixen drei Critical Vulnerabilities hat. Ähm, sehr, sehr unangenehm. Ähm, wenn man hier die... Ah, toll. Also, nee, ähm, nicht unbedingt toll. Ähm, aber ja, man muss einen Tod wohl sterben, I guess. Aber grundsätzlich, was wir nicht brauchen, können wir auch wieder rausschmeißen. Deswegen würde ich hier mal sagen, Jade brauchen wir nicht. Deswegen haben wir nur noch EJS drin. Und, ja, den Rest, ähm, muss man wohl noch warten. Never mind. Ich hab einfach nochmal gepatcht und dann waren sie plötzlich weg. Okay, super. Also, wir haben keine Vulnerabilities mehr. Dann ist alles ja in Ordnung. Super. Okay, gut. Also, soweit kann man das auf jeden Fall mal zu Ende denken, würde ich sagen. Ähm, und ja, ich finde persönlich, das Layout, das wir genutzt haben, ähm, ist nicht so übersichtlich natürlich gewesen, weil es halt sehr, sehr langsam eben auch mit den einzelnen Tutorials gewachsen ist. So solltet ihr das Ganze schon strukturieren. Wobei das BIN-WWW, das muss natürlich nicht unbedingt sein. Ich hab gerne alles direkt in der App.javascript. Aber grundsätzlich der Ordner Views, Roots und Public ist sehr, sehr sinnvoll, das so zu strukturieren, weil euch das auch so ein bisschen den Überblick gibt. Gut, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, meldet euch bei mir, wenn ihr irgendwelche Wünsche noch habt, zu, ähm, zu Express und dem ganzen, ähm, ja, Ökosystem, könnte man schon fast sagen. Wobei, Note, wie gesagt, da bin ich immer noch dran. Da kommt noch mehr immer mal wieder. Das kennt ihr ja. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.